Ausbildung zum professionellen Sänger oder Sängerin, endlich vernünftig das Basiswissen lernen, Techniken wie Belting und Mixed Voice verstehen und endlich durchstarten mit deinem eigenen Künstlerportfolio als Sänger, Sängerin. Dann bist du genau hier richtig. Und das Gute, du kannst bequem in Raten zahlen und sofort loslegen. Ein Zertifikat und eine Prüfung warten auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020